Warst du gestern im Stadion bei Erzgebirge Aue? Ja, ich war gestern im Stadion und habe ein Spiel zugeguckt. Mein Bruder spielt bei Erzgebirge Aue, deswegen war ich da. Meine ganze Family war auch da. Das war das erste Mal, dass ich zugeguckt habe, seit er bei Erzgebirge Aue spielt. Ich war noch nie in dem Stadion, aber es hat sehr viel Spaß gemacht und hat mich sehr an meine Kindheit, meine Jugend erinnert, die ich gefühlt nur in Fußballstadien und auf Fußballplätzen verbracht habe. Ein cooles Spiel und ich habe mich auch gefreut, den einen oder anderen von euch dort zu sehen. Gehst du auch gerne ins Stadion?